Hallo bei BildnerTV und einem neuen Video zur Lumix G9 Mark II von Panasonic. Heute geht es darum, wie man die technisch gegebene Auflösung des 25 Megapixel Micro Four Third Sensors ganz einfach vervierfacht. Über den Modus für hoch aufgelöste Aufnahmen kann man RAW und JPEG-Bilder mit maximal 100 Megapixeln erzeugen. Funktioniert zwar nicht bei jedem Motiv, dafür aber laut Panasonic sogar aus der Hand und ohne Stativ. Und ob das nicht mal ein bisschen zu optimistisch gedacht ist. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei BildnerTV Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Der 25 Megapixel Sensor, der G9 Mark II im Micro Four Thirds Format, der hat eigentlich alles, was man im privaten und auch oft im beruflichen Umfeld so braucht. Der ist wahnsinnig schnell beim Auslesen der Dateien, sprich Sportfotografie. Er hat ein sehr gutes Rauschverhalten, Reportagefotografie und löst mit 25 Megapixeln auf. Egal ob Familie, Urlaub, Sport, Action, Landschaften, Architektur. Also die Kamera macht einen hervorragenden Job. Aber wer jetzt insbesondere Landschaften und Architektur mag, für den kann die Auflösung eigentlich nie groß genug sein. Und da kommt jetzt der Modus für hochauflösende Bilder mit dem bemerkenswerten Umstand ins Spiel, dass man solche Hi-Res Fotos unter anderem sogar aus der Hand aufnehmen kann. Das habe ich persönlich bei einer anderen Kamera noch nicht gesehen. Da ist eigentlich immer Stativ sinnvoll. Aber gleich mal eins vorweg. Liegt jetzt die Belichtungszeit bei einem Wert, der auch fürs normale Fotografieren zu lang für unverwackelte Bilder wäre, zum Beispiel einer halben Sekunde, dann gelingen natürlich auch keine Hi-Res Bilder, keine knacke Schafen. Klar, also je kürzer die Verschlusszeit, desto besser. Die G9 Mark II nutzt im Hi-Res Modus den beweglich gelagerten Sensor, um das Motiv im Zuge der Aufnahme in vier Abschnitten, also vier Einzelfotos festzuhalten, die dann anschließend kameraintern, ohne Zusatzsoftware, zu einem hochauflösenden Bild zusammengesetzt werden. Das Bild in Standardgröße, das würde also viermal in eine High-Resolution-Aufnahme reinpassen. Da diese hochauflösenden Bilder eben auch im RAW-Format, also nicht nur JPEG, sondern auch im RAW-Format gespeichert werden können, dann lassen sich diese Bilder später auch mit maximaler Bearbeitungsqualität, zum Beispiel in Adobe Lightroom, optimieren. Die hier gezeigte Aufnahme, die wurde im manuellen Aufnahmemodus M in RAW und aus der Hand aufgenommen. Diese High-Resolution-Aufnahme im Auflösungsmodus XL100M, dazu nachher noch mehr, hat eine Größe von 11.552 x 8.672 Pixeln. Wie gesagt, zu diesen verschiedenen Auflösungsmodi komme ich gleich noch, wenn wir uns dann das Kameramenü und die Optionen dort ansehen. Der weiße Rahmen hier, der demonstriert übrigens die Standard-Bildgröße mit 25 Megapixeln, die eben viermal in das hochauflösende Bild reinpasst. Zwischendurch, kleiner Buchtipp, schaut mal bei uns im Online-Shop unter bildnerverlag.de vorbei. Da gibt es das Buch zur G9 Mark II, das unsere erfahrenen Fotografen und Autoren Kürer und Christian Sänger geschrieben haben. Die beiden haben sich lang mit der Kamera beschäftigt und haben wirklich jedes Detail rausgefunden, das man wissen muss, um mit der Kamera von Panasonic professionell zu arbeiten. Das Buch gibt es bei uns im Online-Shop natürlich wie immer gedruckt, aber auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Und außerdem gibt es bei uns im Shop einige Gratis-Kapitel, die ihr euch kostenfrei runterladen könnt. Schauen wir jetzt mal ins Einstellungsmenü, um den hochauflösenden Modus zu aktivieren. Zuerst wird dazu das Wahlrad für die Betriebsart, hier oben links, auf das entsprechende Symbol für die Mehrfachaufnahme gestellt. Als Aufnahmemodus kommen nur, also wirklich ausschließlich, die Programme P, A, S und M in Frage. In der Automatik funktioniert dieser High-Resolution-Modus nicht. Man öffnet dann nach einem Druck auf die Menü-Taste im Fotomenü Bildqualität 1 die Rubrik High-Resolution-Aufnahmeeinstellungen. Und darin hat man die Möglichkeit, den Modus für Aufnahmen aus der Hand zu aktivieren. Wenn man sowieso ein Stativ dabei hat oder auch mit etwas längeren Verschlusszeiten rechnet, die eben aus der Hand nicht haltbar sind, dann kann man den Handheld-Modus hier natürlich auch deaktivieren. Die G9 Mark II liefert im High-Res-Modus zwei verschiedene Auflösungen. XL100M, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und dann noch den Modus LL50,5M, jeweils im Bildverhältnis 4 zu 3. Und dazu ein wichtiger Hinweis. Das kleinere Format, die 50,5 Megapixel, kann man nur einsetzen, wenn bei der Bildqualität das JPEG-Format fein oder die Kombination RAW plus fein eingestellt ist. Speichert man ausschließlich RAW-Bilder, ist nur die volle High-Res-Aufnahme mit 100 Megapixeln möglich. Die Druckgrößen übrigens bei 300 dpi, also ungefähr der Druckauflösung, die so ein moderner Fotodrucker heutzutage bringt, die liegen bei ungefähr 100x70 cm bzw. 70x50 cm. Also enorm große Bilddaten. Damit nach dem Start der Aufnahme wirklich absolut nichts verwackelt, wenn man mit dem Stativ fotografiert, Stativ, nicht aus der Hand, dann kann man für die Auslöseverzögerung noch einen Wert zwischen einer Achtelsekunde und 30 Sekunden einstellen. Und diese Zeit, die verstreicht nach dem Drücken des Auslösers, bevor die eigentliche Aufnahme beginnt. Normalerweise rechnet es aus meiner Erfahrung so 2-4 Sekunden aus, damit die vom Drücken des Auslösers hervorgerufenen Schwingungen komplett abgeklungen sind. Wer jetzt mit dem Fernauslöser eben oder aus der Hand fotografiert, der kann sich die Auslöseverzögerung natürlich auch sparen. Kleiner Tipp zwischendurch, direkt von Panasonic. Panasonic empfiehlt nämlich, den Bildstabilisator bei der High-Resolution-Aufnahme auszuschalten. Bei der Verwendung von Lumix-G-Objektiven schaltet die Kamera den Bildstabilisator automatisch aus. Wenn man jetzt ein Fremdobjektiv adaptiert hat, dann muss man den Bildstabilisator übers Kameramenü deaktivieren. Dass jetzt ein Motiv für die High-Res-Aufnahme absolut statisch sein sollte, dürfte ja eigentlich klar sein. Was passiert aber jetzt, wenn doch irgendwas schnell durchs Bild huscht, durchs Bild fliegt, fährt oder was auch immer? Dafür gibt es eine elegante Lösung, die aber nicht im Modus für Aufnahmen aus der Hand funktioniert. Das ist wichtig. Also die Hand oder Aufnahmen aus der Hand muss man dazu deaktivieren. Unter dem Befehl Bewegungsunschärfe Verarbeitung sind zwei Modi zu finden. Im Modus 1 passiert gar nichts. Also da korrigiert die Kamera nichts. Der ist für alle statischen Motive geeignet, wo sich nichts bewegt. Im Modus 2 jedoch wird der bewegte Motivbestandteil durch den äquivalenten Part aus einem der vier Einzelbilder ersetzt. Das heißt, der ersetzte Bereich, der weist dann keinen sogenannten Geister-Effekt, also diese Schlieren, durch diese Motivunschärfe auf. Der wird allerdings dann an dieser Stelle auch nicht mehr hochauflösend dargestellt, sondern nur in der Auflösung eines Standardbildes. Fällt aber normalerweise nicht auf. Wählt man den Modus 1, ist das gesamte Foto hoch aufgelöst. Es kann aber dann auch eben zu diesen Geister-Effekten kommen. Die Einstellungsprozedur wird beendet durch Betätigen der Menü-Taste hier hinten. Anschließend erkennt man dann am Symbol auf dem Bildschirm, dass die Hi-Res-Aufnahme aktiviert wurde. Und nach dem Drücken des Auslösers beginnt die Aufnahme und der Bildschirm wird kurz schwarz. Unten links auf dem Display, das geht allerdings so schnell, dass man es kaum sieht, aber unten links auf dem Display, da blinkt dann noch die rote Aufnahmestatus-Anzeige. Anschließend verrechnet dann die Kamera diese vier Einzelbilder und man hat eine 100 Megapixel oder 50 Megapixel Aufnahme auf der Speicherkarte. Das war es dann auch schon. So, jetzt wisst ihr, wie man mit der G9 Mark II High-Resolution hochauflösende Aufnahmen mit 100 oder 50,5 Megapixeln macht. Wenn euch das Video im Umgang mit der G9 Mark II weitergebracht hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr Videos rund um die aktuelle Micro Four Thirds Kamera von Panasonic beziehungsweise auch zu anderen Kameras, zu anderen Fotothemen, zu Bildbearbeitungsthemen und so weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier bei nächster Gelegenheit wieder zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der digitalen Fotografie und viele kreative Momente. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.